Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Puffels und wir probieren heute das nächste Spiel, das heißt Death, Death, man kann also als High spielen, als Tauchen, mehr weiß ich nicht, das Spiel ist glaube ich schon etwas älter. Mir wurde es aber vorgeschlagen, dass ich das mal spielen sollte und ja, das machen wir. Ähm, wie gesagt, ich habe gar keine Ahnung, ich habe mir wieder nichts angeschaut, ähm, man ist quasi auch hier direkt in den Bildschirm reingeworfen worden. Äh, ja, Spielfind, mal gucken, ob da noch einer spielt, ich weiß es gar nicht. Megalodon? War der nicht auch bei... Stranded Deep? War der nicht auch Megalodon? Ich meine ja, scheiß auf. Ähm, können wir irgendwie in der Zeit rumgucken, was gibt es da? Nein. Uh. Hallo. Munition wird knapp, Such nach der Umgebung, in der Umgebung nach Munitionskisten. Okay. Ich weiß gar nicht, was so das Ziel ist von dem Taucher. So, den High umbringen. Okay, das war zu wenig. Wir sind Taucher, okay. Ähm. Carlos verlor seinen kleinen... Seinen kleinen und seinen Ringfinger? Achso, seinen kleinen und... Ah, den kleinen und den Ringfinger in einem Highangriff. Okay. Kennst du ihn nur als Doc? Carlos, ich glaube, wir sind Carlos. Ah ja. Ganz wichtig. Uh. Mini-Harpune. Kaufen. Wie viel Geld haben wir denn? 800 haben wir. 500. 2000. Alles zu teuer. Hier haben wir. Kontaktwaffe. Ein Harpunensperr, dessen Spitze mit einer Sprengschopflagung versehen ist. Ramm sie den High und lass ihn explodieren. Ich glaube, eine einfache Pistole hier in der SP1. Machen wir jetzt mal. Ah ja. Bereit mal. Hi, Team. Was geht? Ah ja. Wir müssten die Beute also finden. Ähm. Wow. Wow. Okay. Mir fehlt irgendwas. Kann das sein? Ich bin jetzt ein bisschen langsamer als eben. Hier ist Thief. So 30% geöffnet. Boah, der High war aber schnell. Holy shit. Mir war das schon klar. Eingesammelter Schatz. Ah ja. Dass hier irgendwas schiefläuft. Was passiert da? Alter. Boah, ich werde hier immer wieder zerfetzt. Es gibt's Fire hier? Alter. Wie schnell soll man denn bitte hier aimen? Dreht man sich ab? Ich weiß nicht, wie schnell ich aimen soll. Alter, finde. Was ist denn hier los? Wir haben aber jetzt 2200 Dollar. Easy. War verkaufen. Unterwasser Sturmgewehr. So, jetzt geht's. Okay. Ach, das gibt es doch nicht. Da gucke ich wieder einmal nach unten. Hat er meine beiden Beine? Fuck, ey. Okay. Okay. Das war so klar. Aber ich höre sie halt irgendwie nicht, ne? Aber ich will auch nicht die ganze Zeit nur rumsitzen und warten. Das finde ich auch so ein bisschen arm. So, um 100 Prozent. Und jetzt? Das gibt es nicht. Wie kann ich mich repairen? Ich habe auf jeden Fall einen Schatz verkauft. Bin dann verbluten. Easy. Der Typ hat mich auch schon siebenmal gekillt oder so, ey. Was haben wir hier? Betäubungsgeschosse. Streu, Munition. Zielfernrohr. Blutung. Gift. Ah ja. Das gibt es nicht. Dieser Punk. Dieser kleine Bastard. Okay, haben wir wieder Money? Was können wir machen? Können wir eigentlich das immer wieder? Oder so? Tja. Da kommt doch einer. Die Herrscher gedankt, gar nicht. Da hätte er mich fast gehabt. Boah. Nice. Ich habe ihn, Junge. Nur ein paar Schätze noch hier am Boden. Ah ja. Was freigeschaltet. Sehr gut. Alles mitnehmen. Ah ja. Den sehe ich aber auch nicht. Ja, krass. Also. Ich weiß nicht, was ich davon habe. Ich kann da denke ich mal nur. Ja, toll. Ich muss mich für einen Aufsatz entscheiden. Krass, wie schnell. Also das werde ich gleich auch mal gerne ausprobieren. Wie schnell er um die Ecke da gescraved ist. Ich würde mich gerne heilen. Ja, Mann. Bruch Healing. Sehr gut. Cool AP. Der kommt doch jetzt hier wieder. Doch Herzschlag ohne Ende. Wo ist der Hund denn? Also der Hai. Das ist kritisch. Oh mein Gott. Oben, unten, da. Boah. Ich habe mich auch noch getroffen. Krache. Kann ich hier noch eine andere Waffe kaufen? Oder später? Verkauf. Und zwar hätte ich gerne. Hm. Aha, ein Netzgewehr haben wir auch noch. Hallo. Lauf sparen wir. Ich habe viel Bingewehr. Bei der Hai müssten jetzt down sein, ne? Vier zu zwei nur noch. Drei zu zwei. Bin gleich down safe. Ich finde das krass. Wie das geht. Ich würde mal gerne wissen, wie es bei einem Hai aussieht. Ich spiele auch mit dem Zitronenhai. Standard. Ist noch ein bisschen unfair, ne? Große Harpuna. 7,5k Punkte. Nicht letzter. Kinder, nicht letzter. 1-0. Haben wir gewonnen. Hier Steve. Wird nicht Steve heißen? Ist irgendeine Abkürzung. War das ein Hai? War das gerade ein Hai? Tauchrahmen gewonnen. Ganz klar. Ja. Was noch sonst? Ja, Mann. Die UMP haben wir. Vier Kills, um zu sterben. Ich glaube, wir machen jetzt nochmal eine Runde random. Einfach nur, um zu gucken, was dabei rumkommt. Ist natürlich auch eine viel bessere Waffe. Ist halt die Frage, ob wir noch viel anderes upgraden können. Betrete Hillside. Wir sind jetzt gleich in Hillside. Hast du Probleme im Dunkeln zu sehen? Dann kauf ein paar Leuchtgeschosse. Ja, man kann noch ein bisschen mehr Krawall machen. Okay, was sind wir? Dann sind wir wieder Taucher, ne? Ja, ja. Nehmen wir den direkt. Wir fangen immer mit 800 an. Asy. Wir haben sonst nur ein Messer. Mini-Hapona. Nehmen wir mal die, wa? Verbrauchsgegenstand. Heißschild. Mit der Zeichnung verschiedener elektronische Frequenzen wird die Wahrnehmung des Heiß gestört, sodass alle Taucher im Wirkungsbereich für ihn unaufwendbar sind. Ausrüstungskett. Seemine. Boah, ist auch geil. Unterwassergeschütz. Löchgeschoss. Sonoboje. Zum Aufspüren von Haien. Das machen wir doch mal. Ah, guck mal. Ein paar Russen. Die spielen das hier schön. Ja. Kennt sie. Gucken, wie erfolgreich wir jetzt sind. Oh, geht los, ne? Seid ihr bereit? Ja. Da ist Steve. Muss uns Steve helfen. Steve Jobs ist das. Vier Brodis, zwei Haie. Sind wir zu dritt. Wer ist denn da alleine? Da sehe ich den einen gar nicht. Ah ja. Wir sind hier direkt am Grabben. Direkt hier am Grabben. Und daher kommt der erste Haie. Ich bin als erster da und safe. Was ist das denn? Weiße Ei. Flamme der Feuerdrache. Ah ja. Komm mal, komm, lass mal. Tot. Ist der down? Ein paar Hits habe ich. Fünf. Kann ich das noch mehr reparieren? Der kommt doch jetzt hier rein. Muss nachladen. Sorry, Bro. Das ist der andere. Boah, die sind aber schnell. Double Kill. Ah, ich habe es drauf hier, Leute. Da kommt schon direkt der nächste. Ich habe keine Munition mehr. Ja. Ammerklauf. Doppelkill. Boah, jetzt läuft das aber. Raserei. Viel zu schnell der Typ. Der hat aber auch schon einen Skin. Als ob er dann viereinhalb Jahre spielt. So wie ein Bargeld haben wir nicht viel. Okay. Ähm, war verkaufen. In zwei Karten wir eben, ne? Dann hier kommt eine Seemina mal. Einstieg hier. Oder. Hier, rein mit dir. Sehen nicht. Es ist schon echt scheiße dunkel, ne? Äh, oh, da ist der. Oh, oh, oh. Oh, was? Bissgebot, ey. Hier mit seinem 4000 Euro Skin. Aber ist jetzt meine Mine noch da? Ah ja, da ist sie. Kann ich auch wieder einsammeln? Okay. Oh. Easy kill. So ein Wichser, der zapp. Ist meine Mine jetzt hochgegangen? Keine Chance. Keine Chance. Keine Chance. Ich muss hier irgendwie so ein bisschen Money machen. Die Mine ist hochgegangen. Was haben wir hier? Ah ja. Ich brauche Geld. Eingesammelter Schatz. Kann ich den jetzt hier abgeben? Wofür ich sterbe? Oh, Steve. Da ist Steve. Kann ich den Schatz jetzt hier abgeben? Ah ja. So macht man also schnell Money. Der andere Hei war da auch noch irgendwo hier. Ich brauche Munition. Fuck. Oh. Da kommt doch jetzt einer, oder? Ich habe den auch in die Fresse geschossen. Oh. Schade. Aber wir haben jetzt Geld. Wir haben jetzt Geld. Und zwar. 2800. Ich glaube, Popune ist nicht so stabil. Das nehmen wir. Zusätzliche Streumunition. So, jetzt sind wir da. Jetzt sind wir da. Nein. Helft mir, Mates. Koralle. Zitronei. Immer der Zitronei. Wahnsinn. 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 Wenn da einen reingeschossen kommt. Irgendwas zum einsammeln. Irgendwas leuchtet da. Okay, einer kommt wieder. Wo nur. Wo nur. Nein, noch einer. Beste Freunde für immer. Errungenschaft. Nice. Jeder der Zitronei. Der mich zerberstet. Wir werden diese Runde nicht gewinnen. Wenn das mit den Punkten da stimmt. Der andere ist her. Herzstark ist sein Vater. Okay. Oh oh. Jetzt werden sie kommen. Es ist jetzt ein enges Spiel, ne? Beide nur leben. Wenn ich das richtig verstehe. Natürlich keine Ahnung, ne? Aber wir müssen auf jeden Fall noch als Hei spielen. Das ist, äh. Safe. Krass. Die warten halt jetzt auch einfach. Okay. Da warten sie sofort. Was sind die anderen denn? Die waren weg. Siegt der Taucher. Okay. So. Da sind wir endlich high. Musst du nur fünf Minuten warten. Ah ja. So. Skin auswählen. Ach ja. Ich glaube hier der Bullenheide ist relativ gut ausgeglichen in den Sachen, ne? Ich weiß nicht, was Zähigkeit bedeutet. Steht doch nicht. Beute markieren. Anpassungsfähige Haut. Bis auf Zähigkeit ist er natürlich nice, ne? Ich glaube Zähigkeit ist wichtig. Schüttelschaden. Wendigkeit, Geschwindigkeit. Komm mit dem Tigerhai. Können wir irgendwas auch? Gute Laune. Nehmen wir sie sich gut in den Heimerhai. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, wir haben auch noch Ausdauer. Was ist denn? Meine Fähigkeit habe ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß nicht, wie ich angreife. Ich habe eine linke Maustaste gedrückt. Punkte? Ich habe 10 Innovationspunkte. Ich habe linksklick und rechtsklick. Okay. 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 Das habe ich doch. Okay. Alles klar. Da kommt immer einer raus. Vergiftet uns kurz. Okay. Check ich einfach nicht. Ich habe nur meine 10 Punkte hier. Ich brauche überall mindestens 20 oder 40 oder so. Tja. Der eine ist gelieft. Ganz ehrlich. Das finde ich wirklich nicht einfach. Und frage mich. Wie die eben das gemacht haben. Ich finde es echt schwer. Ist recht, weil der eine komplett am Eskalieren ist. Keine Chance hin. Wie haben die uns denn eben so easy getroffen? Ah ja. Muss ich das getroffen? 20 Innovationspunkte. Was? Muss ich gedrückt halten? Ich weiß es nicht. Wer der Hai aufwacht, ist er dermaßen hungrig, dass er richtig gereizt ist. Dadurch erhält er nach einem Wiedereinstieg für einige Sekunden unbegrenzte Ausdauer. Alles klar. Auch mal dagegen geknallt. Ah ja. Aber ich habe jetzt mal die Maus festgehalten. Ich glaube, das war ganz gut. Ich bin aber wirklich halt sofort down. Also, da kann man schon merken, dass die Jungs ein, zweimal öfters gespielt haben als wir. Wenn man einen Auftrag hat, kann man full HP oder was macht der da oben? Haben die da so einen Störsensor aufgebaut? Keine Chance. Wie lädt sich das auf? Zerberst uns halt einfach, ne? Weiß ja auch, wer die Waffe hat, ne? Also, das ist schon geil. Also, das ist schon ein bisschen frustrierend, wenn da irgendwelche Spiele jetzt die quasi... Ich sag mal, 200 Stunden in diesem Game haben. Da habe ich auf jeden Fall gar keine Chance. Das ist schon ein bisschen deprimierend. Ja, wegen so einer MG, die man da hinstellen kann, glaube ich. Die habe ich eben auch gesehen haben, mit ein paar Punkten. Zehn Evolutionspunkte, gar nichts machen. Das ist doch nicht nötig, wenn ich das mache. Boah, das macht mich richtig salzig. Die stellen da irgendwas auf. Bis so ein paar Sekunden halt einfach down, ne? Hart, aber fair. Haben wir schon andere auch geschafft, ne? Aber ich fand es auch ein bisschen merkwürdig. Glaublich, dass ich halt eben die Runden halt immer... Guck mal, wie der Nemesis rasiert, ne? Unglaublich. Unglaublich. Tot. Binnen von Sekunden. Ich habe ja eben auch schon ein paar Maufen-Hai geschossen, ne? Da finde ich das schon ein bisschen krass. Also, wie krass. Nicht Sinn davon. Was machen die da so lange Sinn davon? Holy shit. Das macht mir wirklich null Bock. Da muss man sich, glaube ich, ein bisschen mehr Ahnung von haben. Keine Ahnung. Äh. Einen habe ich getötet noch, trotzdem. Okay. Da haben wir wieder heftige 20 Punkte. Was? Okay. Als ob ich so 4 HP hätte gefühlt. Da. Drei Kills habe ich. Drei Hilfen. Andere 29. Zwei Bots dagegen. Aber es ist schon, äh, beeindruckend. Da hat er ihn einfach weggeballert. Interessant. Kann der Nemesis froh sein, dass er mich hatte? Kann er wirklich froh sein? Da habe ich mich komplett zerberstet, ey. Krass. So, jetzt gucken wir uns mal eine Runde Megalodon ab. An. Ab. Ab. Ich gucke mir gar nichts ab. An. Megalodon. Und bis gleich im Spiel. Sorry, Leute. Ich bin jetzt schon bei 9 Minuten. Ich habe keinen Bock zu warten. Wir machen nochmal alles als egal. Mal gucken, was kommt. Da habe ich keinen Bock zu warten, ne? Ja. Und das dann auch wieder klar? Wenn das jetzt Megalodon ist, dann fliegt euch. Ich bin gespannt. Kurz vor dem Niesen. Unangenehmes Gefühl. So, wir tauchen, ne? Bewege den Maus hin und herstellen, um ein Opfer zwischen den Kiefern zu töten. Ich stehe aber jetzt nirgendwo, ob man gedrückt halten muss. Da ist er wieder. Das war klar. Immer 800, ne? Äh, wir nehmen die Pistole wieder. Und. Ausdauer der Haie. Strom-Mutition. Orthrucksgeschosse. Das sind nur Peilsender dran. Blutung und Gift können wir noch. Äh, ich würde sagen, dann sparen wir 100 und machen dann direkt ein Gift dran. Ja, ich als alter Profi weiß das natürlich schon. Ich habe schon sehr viele, äh, Heijagden hinter mir. Ah, da ist die Kamera. Hey, hallo, hallo. Hi. Hi. Ist sie jetzt dumm? Sie wird ne Schaf, warum auch immer. Das. Haben wir Gift? Gift haben wir. Können wir hier was machen? Irgendwas reparieren? Wo? Ah, nice. Ich brauche Healing. Healing. Er kommt. Ich habe Angst. Ah, ja. Ist er tot? Ich habe noch getroffen. Raptor Hunter. Ich bin da, wenn man mich braucht. Provinzial. Wo macht er das kaputt? Hier irgendwo? Auf jeden Fall ganz schön laut hier. Jetzt ist also klar. Ah, ich habe den einen doch noch getötet. Ehre. Oh. 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 Nein. Hahaha. Dieses Miststück. Können wir bei uns jetzt eine neue Knarre holen Und zwar Den hier und Gift kostet 1000 Alles klar Boah, noch einer Scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Rein mit uns Komplette Verwirrung auf meiner Seite Ausnahmsweise Nicht Wieder ein Schick, klar Sterbe ich halt mit der Reparatur, bringe ich dem Team mehr Easy 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 Das war's. Alles unter Kontrolle. Alles gut. Richtiges reparieren. Nein. Das ist topfit. Und da kommen wir hin. Das ist ein Drecksack. Drupulink. So hier Gift anpacken. Und dann nehmen wir hier noch ein paar Brauchsgegenstand mit. Seeminer. Rein mit uns. Das ist der Schatten von einem Mistvieh. Bin ich hier sicher? Was war das denn? Ein Delfin? Okay. Komm, 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 komm. Close. Ich muss schon sagen, close. Das gibt es nicht. Hilf mir doch. Hab doch so ein Gerät. Mit Putt zum Sieg. Ehre. Können wir da noch eins von holen? Hilf mir doch. Töte das Schwein. Ja, easy. Aber Dreh ist nicht mehr so viel. Können wir hier was reparieren? Nein, können wir nicht. Aber die Dinger sind schon echt unfassbar unfair. Boah. Ein P. Diese Waffen sind aber auch ekelhaft. Wie viel HP die abziehen. Ist hier nochmal Healing? Da ist Healing. Das war kurz, war knapp. 5, 5, 5. Boah, wie beschädig war der denn? Kein Problem. Kein Problem. Ob das tief geht, ist gut. So bin ich getroffen. Haben die Heise aber easy geworden. Aha. Diese Geschütze, ne? Wie immer die sind. Das ist schon krass. Ja, das war jetzt so der erste Einblick von Death. Hätte ich gerne was anderes gezeigt. In anderen Modus. Aber das sind die Wartezeiten. Einfach ekelhaft. Und ja. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, lasst es mich wissen. Lasst ein Like der Ab in die Kommentare. Macht die Scheißglocke an. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Puffels. Und gehabt euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.